Verrückt sein Verrückt sein weiß ja auch nur, dass man verrückt ist Isabel Herrscherin über das Universum die Planeten und alles Nicht bescheuert Es gibt ein Bild wo ich eine Schultüte habe und die Schultüte ist Geld Weil das viele Leute denken dass sie superkomplett bescheuert sind Verrückt Bist du traub? Und das ist ja auch so Und das ist ja auch so Im Vorbeigehen erkenn ich ein Bett und etwas auf dem Bett drauf Es riecht wirklich nicht gut Auf meine Schultüte dann fahren sie bei Hau 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 Vielen Dank.